So, ich hab schon mal die Aufnahme gestartet, während ich jetzt meinen Chips schnabuliere hier. Hmm. So viel Zeit haben wir. Hmm. War es ein fragendes, hmm? Oder ein... Das ist ja lecker, hmm. Man weiß es nicht. Ja, man kennt's. Ich wisse schon ein bisschen an den Socken ab. Die Socken sind das beste, ähm, ja, Handtuch, Waschlappen, was auch immer, den man so an sich hat. Wenn es halt so an deine Kleidung schmiert, ist es ja immer irgendwie doof. Aber die Socken, die können das ab. Sieht ja eh niemand. So. Also, Leute, ne? Für alle die, die jetzt nur Spongebob bisher verfolgt haben, äh, ich war fleißig. Ich hab 43.000, ähm, Benz und Objekte gesammelt. Das ging auch recht schnell. Hmm. Weil wir brauchen ja Geld, um Mr. Krabs zu bezahlen und, und, um, ne, und um in das Kino zu kommen. Das kostet 40.000. Mr. Krabs braucht 39.500. Wir kamen auf die Idee, beziehungsweise Max kam auf die Idee, muss ich mich ja nochmal hier, ne? Wäre ich alleine mal wieder nicht drauf gekommen, dass wir ja eigentlich ins Kino gehen können und da einen Spielstand laden können. Also, dass wir quasi vorher safe staten, uns dann ins Kino setzen, die Trophäe dafür bekommen, also die Rung schafft und dann halt einfach wieder laden. Man muss sich weniger Geld farben und, äh, ja. Punkt. Küst mich. Die Gruppe schon gehört. Sorry. Mit Chips im Mund küssen ist, glaube ich, nicht so gut. Ähm, ja, Punkt. Und, das machen wir nachher. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal den Cape Forest fertig. Und ich habe so ein bisschen aus Autismusgründen so ein bisschen den Gedanken, dass wir wirklich vielleicht auch erstmal die Gebiete fertig machen und es das dann kaufen und dann ganz am Ende halt den Abfall mal. Machen wir mal gucken. Auf jeden Fall spielen wir jetzt erstmal hier weiter im, äh, ne? In dem Laden hier. Und ich habe gar keinen Bock, Jungs. Sagen wir, wie es ist. Weil, der Sechangweite verwirrt mich halt einfach immer wieder. Aber wir kriegen das irgendwie hin. Ach so, ne, warte mal. War auch schon. Ich dachte gerade, man muss da eine Melone gegen ballern, aber ne, ich brauche die Rakete. Mh. Mh. Bubble Power. Michael Bublé Power. Eine fahrende Crystal. Ich weiß auch gar, dass es kein Collectible ist. Weil, es gibt wohl nicht zwei Collectibles pro, äh, Level. Haben sich nicht getraut. Hm. Ich hoffe, Patrick. Leck mich am Arsch. Mal fühl dich, Patrick. Ach schön, ach schön, ach schön. Ich freue mich. Ich freue mich auf den, äh, Friedhof. Ich mag den Friedhof des Fliegenden Holländers. Da gibt es ja auch nochmal die Trophäe. Ich sag mal Trophäe. Errungenschaft halt für, ähm, den Holländer besiegen. Ohne Damage zu nehmen und ohne zu springen. Aber ganz ehrlich. Busch. Ja. Äh, aber ganz ehrlich, das ist, äh, so leicht. Der Holländer kann ja gar nichts. Also. Mh, 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 mh. Und wieder wechseln. Es war immer zu viel hin- und herwechsel hier bei dem Gebiet. Fand ich immer ein bisschen anstrengend. So. Bubble Power. Oh, das zählte. Ich weiß nicht, dass die Rakete sich irgendwie im Remake irgendwie kacke steuerte. Irgendwas war doch da, ne? Irgendwas kam ich immer nicht mit klar. Ich glaub, die war invertiert. Man konnte es nicht umstellen. Das hat mich so hart verwirrt. Miss. Okay, hier muss wieder ein Tiki drauf. Na, dann wieder wechseln. Ach, die Höhle. Niemand mag die Höhle im Seetangwald. Niemand mag den Seetangwald. Oder? Wie gesagt, ich mag die Atmosphäre und die Musik und so, aber so, das reine Game Design hier ist echt anstrengend. Die Rütze ist übelst schwer. Also, naja. Wahrscheinlich ist es super leicht. Ich komme gleich einfach durch, aber in der Theorie. Blub. Äh. Das muss ich überlegen. Warte mal. Äh, ja. Perfekter Ort. Also, da oben ist auf jeden Fall so ein Ding irgendwo. Ich höre es. Ja, da muss auf jeden Fall was drauf. Sehr gut. Tada. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Ah ja, okay. Ich muss da, ja, dann, dann, dann kann ich jetzt schon, glaube ich, ruhigen Gewissen zu... Spongebob wechseln. Ich frage mich gerade, wofür die Melone da hinten da ist, to be honest, aber wir werden sehen. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Philipp... Mir ist heiß. Ich habe ein Kleidungsstück Pullover ausgezogen. Ich habe meinen noch an, aber mir ist auch kalt. Wobei, ne, ist eigentlich perfekte Temperatur. Ja, gut. Ich weiß nicht, wofür... Oder brauchen wir die jetzt vielleicht? Vielleicht die... Bubble da, die Melone. Man weiß es nicht. Bitte mal den Flur. Viel Spaß. Ich sollte mir vielleicht auch mal so einen Tag in der Woche einfach mal so fest eintragen, wo ich meine Wohnung mal ein bisschen sauber mache. Damit ich nicht immer aussiehe wie mein Arschloch. Aber momentan ist ja eh eigentlich alles scheiße, weil mein Badezimmer noch halb zerpflügt ist. Die haben sich übrigens nicht gemeldet die Woche, die Drecksäcke. Oh, Socke. Äh, ich will da glaube ich nicht runter. Warte mal. Ah, da will ich auf jeden Fall hoch. Okay, den Button kann ich drücken. Mit Spongeman. Spongegar. Oder auch nicht. Ich glaube, ich kann... Warte mal. Ah ja, ich kann ja mal wieder zurück. Okay. Ich habe ja auch einen Karton. Ich habe eine Socke. Und ich habe Patrick. Ich hole den jetzt einfach. Ich gehe mal davon aus, dass ich ihn jetzt als nächstes brauche. Weil hier brauche ich einen... Hm, ihr wisst schon. Tiki. Tiki-Tiki. Nein, den kann ich hier theoretisch hochballern. Ich finde, hier irgendwo einer existiert natürlich. Aha. Oh. Ich habe alle Camper gefunden. Glückwunsch. Der kann auch kaputt gehen, glaube ich, oder? Wenn ich den Zug heftig in der Wand ballere oder so. Irgendwas war doch da. Die fliegen sehr lustig. Aha. Boah, geht das hoch. Sehr schön. Zwo left. Ah. Okay. Ich glaube, dann brauche ich jetzt Spongebob, um mal irgendwie zu gucken, wo ich jetzt den anderen letzten Button finde. Wie steht es eigentlich um die Socken und Camper? Ich habe gerade den letzten Camper gefunden. Der war da oben um die Ecke. Und Socken habe ich hier eine gerade gefunden. Ich habe fünf von sieben. Ja, da wird eine hier im Zweifel noch irgendwo sein. Und eine ist bestimmt auf der Rutsche. Vielleicht sogar zwei auf der Rutsche. Man weiß es nicht. Das ist nur eine Theorie, dass ich hier Bob brauche. Ah, hier ist auch so ein Button. Okay, okay, okay. Dem, 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 dem. Na dann. Ich glaube, hier ist noch einer. Wobei, es läuft ja gleich vorbei, die Höhle eigentlich, ne? Na ja, wir werden sehen. Wir finden die schon. Ganz sicher. Morgen. Ganz sicher. Dann morgen. Ah, dass jetzt der Dulli hier umagieren muss, nervt mich so ein bisschen. Ich bin da voll im Blitz drin. Okay, aber jetzt werde ich wahrscheinlich Bob brauchen, aber ich gucke sicherheitshalber nochmal, ne? Äh, ach, da fängt es an. Hm, 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 hm. Nee, okay. Ah, dafür brauche ich die eine Melone da draußen. Boah, kann sich dieser hässliche Robo hier mal verpissen? Warte, ich... Ich flanke den jetzt, pass auf. Oder auch nicht. Na, vergiss es. Hm, 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 hm. Wenn es Leben zu schwer ist, könnte ich theoretisch auch einen Stein-Tiki von da hinten nehmen. Den brauche ich nicht mehr. Äh, wir machen es mal regulär, ne? Wenn es überhaupt so richtig gedacht ist. Ja, das könnte ein bisschen knapp werden, wenn ich mal drüber nachdenke. Ja, so sowieso. Warte, 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 warte. Oh, nein, 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 nein. Jetzt ist vielleicht alles resettet. Oh, oh. Ist es wirklich? Ach, leck mich doch im Arsch. Oh, nein, 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 nein. Oh, nein, 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 nein. Bäh, 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 bäh. Ach, ganz ehrlich, dann, warte mal. Ja, so fühle ich mich auch... Ähm, ich brauche ja den anderen Tiki nicht mehr unbedingt. Dann kann ich halt den einfach wieder, wie gesagt, benutzen. Aber wo war der? Der war um die Ecke da, ne? ich greife mit meinen chips wieder du bist der button noch gedrückt und ein fetter frischer und falsch gelaufen das dunkelste an sieht das spiel kein dach so ist dann kommt heute nicht er kam vorgestern gar nicht der wichser der nette mann du hässlicher dreck sagt okay die sind aus land gelandet ich hasse den er soll sich jetzt wofür ich extra wechseln muss nachher übrigens sind es nachher werden wir aber schön auf der original konsole spielen auf ps2 ich habe sie ja schon drüber geholt ja was ganz cool ist weil ich habe das ja nie auf dem kanal nie auf der original ps2 gespielt was irgendwie lustig ist nur die auf dem emulator und die pc version kannst du bitte aufhören immer gegen diese wolke zu ballern danke da habe ich ruhe gott verdammt noch mal ich habe uns erschrocken ich habe gar kein 100 prozent spielstand mehr von dem spiel muss halt überlegen der letzte ps2 run war ja mit dir glaube ich als du dann irgendwann mal da warst und wir das gespielt hatten hat wir da nicht mehr 100 prozent gemacht also nicht mal mehr die rennen also wir haben wir alle kollekte willst aber irgendwie nicht alle rennen und so das fand ich ein bisschen komisch so kann ich den stein da retten den ticke ich glaube nicht ich glaube thema ist durch wobei wenn ich so richtig geil bin so in der abwärts bewegung gut weil wir über zwei bis drei treffen verteilt ja ich glaube zwei aber ja aber das hat sie mir trotzdem irgendwie gewundert ich meine die rennen los mit uns ja dass wir nicht alles kaufen okay weil geld fahren aber ich sage es jetzt noch zehn gegner ich sag 21 so ach leu hier muss sogar einer ruf schlecht geht auch gar nicht nevermind das funktioniert okay das ist schlecht das heißt ich muss jetzt wirklich diese scheiß ach ach das scheiß ding dann benutzen das ist ja voll zum kotzen ja da muss man ja scheinbar perfekt timen den scheiß ach 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 ich habe mir im kopf ey ich sehe immer eine abkürzung dass man halt nicht das jetzt wirklich absetzen muss ja was ja was alter ja 19 10 14 21 klingen 20 20 21 22 25 25 25 25 25 25 24 25 24 25 25 25 25 26 47 49 50 48 also ich lag näher daran würde ich sagen alter der controller gerade vibriert während dieses legs ob ich den anderen gelassen ich werde gleich meinen safesale setzen damit ich das nicht immer wieder neu aufbauen muss wenn ich verkacke boing starte speichern einmal so es muss doch hier irgendwie auch eleganter funktionieren ganz ehrlich das kann doch nicht so krass getimt sein oder dass ich jetzt mache ich die spiele frage ich mich das ob es wirklich so gedacht ist das ist ja wohl echt wird es jetzt sein was auch nicht 69 vielleicht machst du schon richtig halt hier dieser dieser step wenn ich den umgehen könnte dann wäre alles fein mach es aber besser wie mache ich es besser ohne abkürzung also irgendwie so alter ich kann das alles nicht mehr oder muss man noch irgendwas aktivieren dass sie noch irgendwie anders hoch fahren oder so die einzige melone ich glaube schon und noch ein tiki block existiert ja nicht was hier oben noch irgendwie was gewesen naja mit dem tiki block jetzt ähnlich genau ich bräuchte einen dritten dann wird es gehen aber ich habe ja nur die beiden das ist jedes mal so komisch als ob das so teilt getimt ist da kann ich damit ja irgendwie einfach hochlaufen ist patrick doch auf einmal irgendwie in der lage dazu ein kleines plop so alles verkackt ich komme mir nirgendwo hoch oder so scheiße der eine bogen die ich gemacht habe und doch der was mal falsch immer mehr von blatt zu blatt ja versuche ich ja also hier so plop da aber das geht doch okay okay ja vorhin habe ich halt nicht hingekriegt deswegen trotzdem ich finde das echt ein bisschen bestialisch ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen dass es so gedacht ist dass ich irgendwas übersehe mein spiel ist eigentlich recht leicht kommt einfach das so letzter kristall oh das überlebe ich nicht doch na gott sei dank okay die ist direkt zwei achievements glaube ich auch schon spongebob oder barnacle boy i think i found all your crystals now i can see your secret super power all right stand back oh boy there what happened i gained the power to trim my nose hairs at super speed so incredible ah ja 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 so uh well then uh i need to return to the normal air and get back to work but uh here take this golden spatula and go away 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 i'm always happy to lend my services to my favorite superhero if you ever run into trouble again let me know immer blau barsch wurde die weiß mehr jungfrau man and go away ja dann ich bin zwei rufen 911 the geriatric duos power crystals blau barsch man wir haben jetzt aber ein problem fällt mir gerade mal so auf wir haben kein problem doch wir haben problem wir öffnen das hier ich denke mal das macht die oder war mal 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 oben warten ach da oben ok da oben war der ok 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 war falsch rum der trittschalter also so so rum dann muss man wie man stehen muss sehr schön direkt das nächste blingen stone throwing and bubble blowing ok jetzt geht es weiter zur rutsche freunde da haben wir das hier zwei socken sind hi mermaid man what are you doing here oh hello kyle i was trying to find some of our missing energy crystals when i came across this vine in my younger days i held the all-time speed record for vine sliding you should try it what a hoot and if you can beat my best time i'll give you another of these gold spatulas i am a bit busy with all these robots but sure why not it does look like fun try not to fall off ok eine socke hier um die ecke versteckt oder so ganz wichtig ich mag die rutsche nicht okay kommen versuchen wir es der trick ist nämlich die kamera mit zu bewegen dann kommt man ein bisschen steiler um die kurven wenn ich mich täusche ja das haben wir im remake gebessert man kommt besser um die kurven rum ich bin aber stehen geblieben kurz naja ich glaube die zeit ist tatsächlich nicht das problem ist aber nur das durchkommen überhaupt hier werden wir so ein paar absweigungen da dürfen wir dann auch nicht unbedingt die falschen nehmen aber ich muss schon mal so nach rechts will ich gar nicht diese kurve ist auch einfach böse die mehr jungfrau manns grüste angst checkpoint ist scheiße ok da war eine socke auf jeden fall naja wenn wir erstmal durchkommen ist okay naja wenn ich jetzt verkacke dann bleibe ich trotzdem hier und wo dann erstmal so alle socken und so ich weiß immer den weg nicht in dieser kackrutsche dann kann ich auch wirklich eine hand abziehen wie häufig ich die gemacht habe diese rutsche ich bin irgendwo oh das ist gut jawohl ok king of the undersea forest spartula kein problem kyle kyle gut wir haben zumindest alle Pfannenwänder hier ne ach ne ach Kinder nur mit Puff reden naja hm aber letztlich waren es auch nicht Manu hm eine habe ich hier drauf gesehen auf jeden fall jesus am ende wird es halt auch einfach wild da gibt es so viele wege hier oh oh das war dumm oh god ich habe doch noch den doppelsprung bekommen weil ich ganz kurz den boden an gelscht dankeschön dafür so dass es schlecht mehr ohne mehr mehr ohne mehr vielleicht der friedhof ich freue mich drauf ich hätte gerne den checkpoint das wäre cool ich weiß genau wo er war ja hier ok ok so jetzt haben wir mehrere wege hier war ich nicht ich glaube es führt mich jetzt direkt zu der einen socke hoffentlich vielleicht auch nicht hier war ich ja auch irgendwie vorhin das heißt ich wechsle mal hier rechts drüber das ist reulich alter da rutsche gibt es nur eine dammit habe ich wirklich eine übersehen irgendwo dann tippe ich irgendwie aufs anfangsgebiet to be honest da oben wie komme ich da hin denke ich weiß welche fehlt direkt die erste das ist doch praktisch da oben das führt mich ja ok hab's gesehen ich habe es nicht gesehen dass man hier auch hoch kann da bin ich jetzt eigentlich schon live 348 reicht doch gleich für heute ne was meint ihr wird heute das internet abkacken mein internet ist schon ewig nicht mehr abgekackt heute wird es passieren wahrscheinlich aber doch schön fuggi hier für den weg cool ja ok kann mich jetzt auch direkt weg porten ich sterbe jetzt eh wobei ich eigentlich schon gerne den ausgang auch nehmen würde da hinten so aus prinzip mach ich jetzt auch einfach ist in dem fall runter mach ich jetzt auch einfach ist in dem fall runter ähm ja cool mal gucken ob ich eine socker finde das hast du die erste auch oh oh ja rehydrate das ist ja auch fake ich stehe mal aufs dach hier die werbung muss ja noch geskippt werden right after entering cap forest das remake sieht irgendwie echt wild aus ich glaube die habe ich wirklich nicht oder ne ich glaube die habe ich tatsächlich nicht ähm wo war das na doch da oben guck da oben ist sie leon im bild ja ok ich habe halt gerade links aufm aufm bildschirm geguckt ok ja ja ich habe mich sogar noch richtig gedreht aber wie mache ich das dass ich da hinkomme ist die frage ähm von da oben boah ich könnte den risky weg nehmen kommen machen wir wow ach ne warte mal wobei die verschwinden wenn ich springe oder doch nicht ach pro gamer weiß nicht geht wahrscheinlich irgendwie anders aber naja klopp oh hey the magic socks the magic cocks ok kelp forest 100% oh dankeschön eine größte angst mehr kein ritter und raus hier kein bock mehr nein ich muss das weitermachen der grind endet niemals kino hmm ach was so jetzt hm keine sorge speicher hallo sür Sieh, kann ich dir helfen? Einreaher, mein Irgendi Manchester! Ja, die Männer gehen natürlich auch rein. Schon dort abgeworfen? Hetkisch. vom PC-Spiel, ne? Spoiler! Den gab's nicht. Die gab's alle nie. Direkt mit Cut-Content beginnt. Schön. Dieses Spongebob-Bilder links. Ah, ja. Ein Kindergarneder. Die es nie in der Folge gab, glaub ich. Wer ist Stockbilder? Spoiler! Hm. Das klingt aber so eine Leiche. Ich war der Sicherheitsspektor, glaub ich. Der, der Gesundheitsspektor. Alter, Jenkins im Rollstuhl, was ist da los? Hm. Ja, gut, ne? Ach, nee, hör. Nochmals gleiche Bild, aber jetzt kommt was anderes, okay. Jetzt sind wir durch. Ich zaube mir mal, lieber Käse. Coming soon. Was steht da? Das war's nicht aus Versehen, la, äh, äh, speichern. So, gerade wurde mir meine Achievement wieder aberkannt. Das wär lustig. So. Wollen wir mal. Flying Dutchman's Graveyard. Jeder Pause, Chips essen, weil gleich kann ich nicht mehr. Hm. Die Graveyard of Chips. Somewhere among this haunted mess. He fearsome Specterweights. Nein, so Öfficker. Bump, 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 bump. So, was geht. Ja, ah, mhm. Oh, haha, yes, yes. Who dares disturb the flying Dutchman? It's me, SpongeBob, sir. I don't need any cookies. But I'm not a shell scout. Bump, 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 bump. What's the matter? It's these darn robots. They've thrown me off my own ship, they have. Being thrown off your own ship is like having your pants pulled down in front of casual acquaintances. It's a sad, sad thing. Now those robots have got their own pirate ship, and they're blasting away at each other. Is there anything I can do to make you feel better? Well, now that you mention it, get up to my ship and use the cannon to single-handedly defend any questions. Ups, I have to skip. Is that adorable hat available in a size 3? No, but if you do this, a golden spatula be your booty. Now get going! Passend zum besten Teil der Musik. Ich habe ihn gekillt, obwohl wir jetzt eigentlich erst die Einführung kriegen für den, glaube ich. Oder? Oder auch nicht. Habe ich geskippt. Beatrun-Trick. overwork-Trick. Sings. Das ist schon fetzt schon die Musik. Dort müssen wir übrigens irgendwo eine Dings bezahlen. Eine Muschel? Ne, eine Truhe. Das ist hier. Du Drecksficker, Fick meier Mann. Oh Ich habe mich jetzt gleich wieder am Vizier hier, die er direkt sagt. Ich habe mich jetzt gleich wieder am Vizier hier, die er direkt sagt. Hm. War doch hier, okay. Na dann. Ja. Hm, 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 hm. tumorsst bei innen. Äh, können wir noch gar nicht oder? Äh. Ja. Wenn ich kein Wasser ablasse. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. mm-mm-mm dum-dum-dum-dum-dum das nicht gut ich bin schneller als du ja da müssen wir runterspringen da bin ich wieder uh, hier gibt es ein Geheimnis ja, da hinten müssen wir runterspringen mhm erstmal wieder überlegen, was man hier überhaupt machen muss dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum oh, der ist fest hier, okay damit komme ich zurück mhm kann ich den einfach einen Ansprung machen? ne klasse Socke naja, doch ich weiß wie man da hinkommt wow hm hm halte ich doch fest ähm, ähm, ja ich hab vergessen wie das geht ähm ähm, ähm ähm, ähm, ähm ähm, ähm oder muss schon ah, wahrscheinlich muss der kann gar nicht weiter nach da mal wenn ich jetzt drücke mal wenn ich jetzt drücke mal wenn ich jetzt drücke für den Käse ich hab keine Ahnung wie das geht gerade ähm mhm warte nur drei Socken na jopp okay ich glaube es ist einfach nur so simpel hier, ne einfach rüberspringen hier ja, okay ähm aber warte mal bevor wir das machen, den kann ich ja runter ich glaube ich muss trotzdem erstmal das Wasser irgendwie ablassen das da oben bitte Mario Galaxy das ist einfach nur so Krabstein jaaa nee kann ich mir den schon holen vielleicht so, wenn ich da so direkt rein springe mhm der eine Blocker was ich weiß gerade wirklich nicht mehr so ganz genau wie ähm das funktioniert mit dem er ist schon hui den Wasser ablassen was finden wir schon raus hui den Wasser ablassen was finden wir schon raus bumm mhm 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 hm mh mhm 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 benutze mich an bis er kaputt ist mhm ah da oben der Button der ist bestimmt ne Nah. Ah ja, die Mini-Rutsche. Hm. Nichts drin hier. Hm. Wie setzt man hier noch das Wasser ab? Das ist kein Wasser, das ist kurze Scheiße, aber... Naja. Hier gab's Schwingen für Sandy, ja. Ich glaub, die spawnen auch erst, wenn ich hier mit Sandy bin, ne? Da! Oh Gott. Hier gibt es was. Damit sinkt das Wasser. Ich weiß das, Leute. Da fahren wir nicht. Wo kommt das Gift her? Ist das irgendeine Öffnung, oder? Kommt das so reingewixt irgendwie? Oh, da oben sind ja schon die beiden Schiffe. Cool. Hm. Kann man nicht schießen. Muss irgendwo eine Lenkrakete hinballern, ne? Aber wo? Irgendwo? Ich erinnere mich, ich hab's gesehen. Das reicht nicht von hier. Da, ne? Auch. Ahhhh... Ahhhh... Lala. Neee... Ja, du hast schon... Oh, komm mal, ich komm jetzt wieder zurück, ne? Oder? Tod. Jetzt wollen wir jetzt noch hinterwägen. Ich halte den Karton. Es schwingen bis zu der Socke führen, die wir gesehen haben, aber ich glaube das erscheint erst wenn ich mit Sandy dann auch hier bin. Das habe ich tatsächlich. Ich wollte gleich ins nächste Gebiet gehen, da kann man ja dann wechseln und dann wieder zurück. Das war glaube ich das Geheimnis. Oh, muss ich wieder neu bauen? Genau da. Da unten in dem Schmutz da hinten beim Schiff war aber tatsächlich auch ein Pfannenwender glaube ich, ne? Wenn ich alles neu machen muss, ist es ein bisschen anstrengend. Das habe ich als Kind glaube ich schon gerafft. Oh, achso. Doch eine Socke. Irgendwie nicht. So, jetzt nochmal zurück. Muss ich immer wieder bauen hier, ne? Gar kein Bock. Weißt du was? Was ist noch ein Wender? Ja. Ach komm schon. Oh, geht direkt los. Ist da rechts der Umweg von der Socke? Ich hoffe nicht. Einfach eine Maschine da drin. Was ist noch eine Maschine, Jungs. rolling in the goo oops ich weiß es nicht kann es euch leider nicht sagen der weg zurück ist lang ich erst mal chips in der zeit die grüße einfach viel zu hart warte mal ist hinten nicht ich bin so doof ich hätte eine abkürzung nehmen können gott damit naja hintergang macht schlamm gibt eine schlamm schlank die das trophy für 10.000 schritte gehen Ja, genau. Gehen die nach unten? Ja. Fett an meinem Xbox-Controller. Wow. Was ist da rum? Ja, stimmt. Der hat whatever gesagt, ne? Geil. Zieht sich einfach durch. Ja, warum ist hier eine Haltestelle, fragt man sich, ne? Warte, mir zählen die runterfällt. Ah ja, stimmt. Da oben geht's noch weiter. Was sagt sie denn zu ihm? Squidward? So much for peace and quiet. Ah ja, guck mal, da sind sie. Einfach gespawnt. Hätten wir ja vorher schon mal hier hinstellen können, damit man sie sieht. Ah ja, Sandy. Muss hier mit zurück, okay. Sag ich, weil das Spiel ja sowieso einfach ist. Außer nehmt die Belohnen im Seetangwald. Was macht er dir so überhaupt hier? Keine Ahnung. Ich hinterfrag Dinge nicht. Ups. Ja, der besucht wahrscheinlich seine Hoffnung und Träume. Wo sind die anderen Socken? Ich weiß, wo eine Socke noch ist, glaube ich. Ja, ja, eine habe ich gerade noch im Kopf. Bestimmt eine bei den Schiffen am Ende. Okay. Kann ich kaum erklären. Ich glaube, gleich da oben, wenn man so einmal so mit Sandy da so ein bisschen lang klettert, muss man an einer Stelle umdrehen. Dann ist die unten in so einer Nische drin. Ich werde es erkennen dann auf jeden Fall. Du kannst halt noch links dieses Video offen mit den Socken, also pausiert, aber ein bisschen Geld mitnehmen, weil wir brauchen es noch im Traum wahrscheinlich. Im Zweifel werden wir am Ende noch ein bisschen Gula-Gunen farben. Ich meine, das Restgeld dann im Zweifelsammel kriegen, wird so schnell gehen. Dreimal da rein und dann haben wir es wahrscheinlich. Ah, da hinten gleich direkt dürfte die Socke sogar sein. Bei dem Schiffer, was man sieht, bei dem halben, ne? Genau, da unten drin. Hier unten. Hier unter. Hey. Ja, Sandy? Treff mich bitte nicht. Er hat mich nur getroffen, weil ich den falschen Imperativ benutzt habe. Das heißt, triff mich bitte nicht. Oh, das wäre so geil gewesen, wenn ich es geschafft hätte. Aua. Da kann kurz mehr wieder unten. Aua. Aua. Ah, der Spaß. Ja, ja. Hey. Scheiße. Hey. Leck mich doch am Po. Den Sack. Was ist denn jetzt los? Rabi nicht. Dann musst du in die Richtung drücken. Also man muss es nicht, aber dann ist man schneller. Okay, ich habe kurz Abkürzung genommen. Geil. Denkst du? Ja. Ich wollte halt manchmal nicht mehr abprallen. Der komische Vorwärts-Wandsprung ist auch immer weird. Oh, eine Muschel. 2700. Das ist teuer. Aber haben wir. Gerade muss auf Kante. Ich denke, eigentlich haben wir nur 3.000... Ne, 4.320 gerade. Let's lock is billig. Gott. Ich befürchte auf dem Schiff am Ende. Nein, ich habe da, ich habe da. Mir geht's gut. Oh. Das ist jetzt schlecht. Schöne Feieranimationen doch. Ich kriege gleichzeitig Geld und verliere gleichzeitig Geld. Nett. Oh, da ist hier die Socke. Into the Death Vortex. Zeit echt, was ist das? War das mal in einer Folge? Hm. Patsch. Wie spät ist eigentlich? 5,5. Ja, eine Stunde noch zum Durchspielen. Ja. Hä? 2 Stunden? Ja, ich weiß. War so gemein nach dem Motto, ja, ähm, am alten Plan, ja. So, nach dem Motto, ja, Simpsons machen wir jetzt doch Angst, vielleicht brauchen wir doch länger. 2,5 Stunden für beides wäre wahrscheinlich das realistische gewesen, aber das hätte ja auf dem Bild scheiße ausgesehen, deswegen ging das nicht. Ja, oder wir brauchen hier noch 2 Stunden, wer weiß das schon. 3 Stunden. Da kann ich irgendwie rüberglitschen sich, wie hier so hochklettern. Okay, wir haben keine Hitboxe. Ich verstehe. Ich glaube, es ist das letzte Mal, dass wir das machen müssen. Ich weiß. Gibt ja noch die Traumwelt. Richtig. Hitbox heißt jetzt Tod. Hallo Tod. Ja, ist mies bei den Sprüngen, weil man muss halt mal so ein bisschen warten, bis man wieder drückt. Und wenn man spammt, dann fliegt man halt oben rüber irgendwann. Kipfe scheiß jetzt. Oh, scheiße. Äh. Äh. Ähm. Äh. 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 Ich weiß nicht mehr. Vorgestern gelernt, schon wieder vergessen. Jesus. Gott. Das ist Timing-technisch gerade. Scheiße. Ja. Ich weiß es nicht. Ja, dann nochmal ins VOD reinschauen, ne? Oh, Mann. Okay, warte mal. Ich glaube, der Trick ist es einfach nicht zu lenken. Dann passt das Timing gleich nicht gut. Okay. Also, das Gefühl mache ich die nie im Nahkampfplatz, diese Spucker. Nö, 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 nö. Noch mal ein bisschen Geld holen. Zur Sicherheit. Nö, 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 nö. Die sind schon bei den Schiffen jetzt, ne? Der Frito wird so kurz irgendwie, wenn man mal drüber nachdenkt. Aber ich mag den Frito. Okay, Leute, wir spielen. Ach so, Geigenmännchen. Ähm, S. Tod. Touchmentship. E. Darf man sich, äh, Vokale einfach kaufen? Äh, kaufen. Holen. Ach, das holt das Schiff zurück, ne? Wenn ich ihn wieder nach oben kann, glaube ich. Ja. Hallo, Mr. Krabs. Der wird sich jetzt über schlapp lachen, äh, über den Witz, den ich... Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, 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 ja. Oh, sicher ist. Ich kann das nicht mehr. Hier ist, was du musst tun. Destroy all the power generators on the robotship. Mhm. Mhm. Once the power is off, you'll be able to shoot the Dutchman's cannons to destroy their robotship. Ups. Er hätte besser gepasst, wenn er gesagt hätte, kann ich nicht tun. Bei Ken nennen hört es ihm eher an wie Cannot als Ken, aber gut. Mit Wort wird es trotzdem verstanden. Ich mache jetzt das ganze Gebiet hier ohne einmal zu sterben, okay? Ich sollte das nicht sagen. Miam, miam, miam. Okay, wo ist die Socke? Ja, ne, irgendwo hier. Wir finden sie. Schon irgendwie. Oh nein, ich bin tot. Ha! Geaustrickst einfach nur. War die nicht immer so ganz billig, aber nur irgendwo so lag die nicht so rum? Ah, warte mal. Okay, das ist falsch. Ich hoffe, das bedeutet, dass S und E nicht drin war. Ah, die Arschloch. Ich bin übrigens gestorben. Was hat jemand gesehen? Ich erinnere mich gerade an was. Ich glaube, da gab es so einen Tiki-Weg irgendwo von Fliegenden. Du Drecksack-Ficker-Blase. Hätte sogar gepasst. Ah, okay. Ähm. Tobi ist dran. Tobi ist dran. Okay. Alter, ich will lösen. Gargamel. Okay, warte, was haben wir jetzt? A, E hatten wir? I, O, U. Hm. Ich nehme mal das O. Wie? Oh, na, Nieren mit. Und da, Ose. Weißt du, was ich jetzt mal mache? Say hello to my little bubble friend. Hm. S hatte ich doch am... Oder hatte ich R am Anfang? Ich weiß schon gar nicht mehr. Gut, wenn ich S bin, dann sage ich jetzt R. B, Reif oder Eichts. Hm. Nein. N wie N-Wort. Ähm. Hm. Ich erinnere mich an den Spaß. Irgendwie so war die Socke versteckt, glaube ich. Warte, warte, weil ich glaube, ich weiß noch, wie das geht. Geht das so? Ich glaube, das ist kompletter Bullshit, was ich hier mache, aber mir egal. Alter, ich habe ihn getroffen. Ich will danach schnell wechseln. F. Okay, ähm. 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 Boah, leck mich doch am Arsch. Ha, wie Hammer-Typ hier geht mir auch auf die Nerven. Ach, das war die falsche Rechnung die ganze Zeit. Wenn ich jetzt so wechsle, ich glaube, es geht nicht schnell genug, oder? Ja. Ja. Oh. Ja. Ja. Hm. Ich nehme ein L, wie... Leon hat keine Ahnung, was er hier tun muss. Ja, echt dumm. Nein, du Lurch. Komm ich da ran? Ich habe die Socke gefunden. Ja gut, ne? Spiel. Ich nehme es auch so. Ist gar kein Problem. Ach, ich hätte das von... Ah, ich hätte das von da hinten machen müssen. Okay. Got that, fam. Ähm. Ah ja. Wenn ich jetzt hier weiter mache, komme ich da auf die Mittelplattform und dann irgendwann nach ganz oben, ne? Dem, 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 dem. Ich habe die Kanone noch gar nicht aktiviert, ne? Fällt mir auch so auf. Ne, machen wir jetzt mal das hier. Achso, müssen wir sowieso. Macht der Scheiter hier. Achso. Geht auch mal. Achso. Okay, ich weiß, wo die letzte Kanone ist. Oh oh. Was hast du denn hingeschossen? Jesus Christ. Das war knapp. So, war ja noch was? Nö, ne? Sind nur für die Socke hier. Sind nur für die Socke hier. Na gut. Oh, scheiße. Okay, Glück ab. Ghostly Socks. Ghostly Koks. Es ist lieb, dass man hier aber abkürzen kann. Weil ich mir auch nicht ganz sicher bin, ob das wirklich so gedacht ist. Ne, ist es gar nicht. Kommt von hier da gar nicht hin. Okay, so ganz verstehe ich den Aufbau nicht, aber ich kriege es hier irgendwie hin, ne? Ja, ne, von da oben dann schon. Aber da kommt man ja auch nicht so hin. Wie wäre ich denn da hingekommen? Also das Ding da runter babbeln und dann schnell das Sandy wechseln? Das klappt ja nicht. Schön, dass ich irgendwie die ganzen Wege vergesse, aber ich kann mir ja auch was cheaten, ne? Warum möge ich, frage ich. Achso, Leon Buchstabe. Ähm. Ähm. Es tut mir leid, ich war auch im Spiel ein bisschen. Wir haben jetzt das Elber nicht, das Uber nicht. Ähm. Hä? Aber was kann das sein? Ähm. 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 Wie. Mutterficker. Nein. Äh. Oh, nein. Scheiße. Scheiße. Ich mach's mal in einer Cutscene einfach ganz gewagt. Exit or die to reset. An der Seite ist es ja sehr einfach, also schaffe ich es jetzt first try. Ja, never make a deal with a toast. Deals don't mean anything to me. Except for that great deal I got on a butter churn back in 1873. What a prize I tell you nothing beats creamy hand churned butter. Wait just a cotton-picking minute, butterboy. We did all that stuff and you're backing out like Seaweasel. Seaweasel? Ah, Hems fighting word. If you want this gold thingy so bad, come and get it. You're on. Ähm. Was fehlt eigentlich alles noch? Get aloft there, matey. Okay, ich hab irgendwas verpasst. Spannend. Oh, ne, der Kampf geht gleich erst los. Na guck, dann hab ich ja nochmal Glück gehabt hier. So. Okay. Kein Damage, kein Springen. Ich verstehe, aber der ist ja einfach eigentlich. Das sollte jetzt wirklich ein... Kein Problem, der macht ja nur so einen komischen Augenstrahl da. Hast du gerade in den Wänden da eingesammelt? Jetzt war ich so abgelenkt. Äh, nö. Ist da einer gespawnt? Ich hab einfach gar nicht hingeguckt, deswegen. Naja. Ja, sonst gehen wir gleich nochmal hin, ne? Ist ja kein Problem. Was anderes für Craps, dass ich die Dinger kaputt gemacht hab. So einfach scheint das auch nicht zu sein. Ich hab gar nicht übrigens drauf geachtet, ob die... Ob das Symbol unten rechts erscheinen, to be honest. Ja, tut's okay. Ich mag das Symbol vom Vollender da oben. Unten, oben. Ich weiß, dass ich getroffen wurde, aber ich will kurz checken, wie man dem ausweicht. Oh, scheiße. Warte, ich... Ja, okay. Wird man davon getroffen? Bin ich dran? Ich hab das erste Wort auf jeden Fall, aber nicht das letzte. T wie... Titten... Titt. Okay. Scheiße. Okay. Warte mal. Alter! Das ist ja voll ha... Das ist voll schwer. Wie soll das gehen? Okay. Hm. Jetzt wollen schon mal kann ich Dreieck drücken, im Zweifel. Ja, aber die sind so schmal. Und die Hitbox ist halt auch so un... ...uneinsichtig. Geh, wirklich sofort... Also, soweit er anfängt, sofort zur Seite rennen. So ein bisschen nach hinten, im Zweifel. Kann ich das irgendwie hier schießen, so. Ey, was... Okay, das ist krank. Okay, dem ausweichen, das funktioniert auf jeden Fall. Na ja. Im Idealfall. Ah, was soll das? Ah, das könnte natürlich sein, ne? Ja, oder so ein bisschen am... Okay, am Rand. Am äußersten Punkt kann man's glaube ich ein bisschen ab. Oh, dämliche Doppelklickmaus, ey. Ja, irgendwann muss man sein Glied auf jeden Fall anfassen. Schön weit hinten, damit ich schön viel Weg habe zum Ausweichen. Äh, der hat irgendwie ganz komisch prediktet. Die Drecksau. Ja, ich dachte, es wird einfach. Der normale Boss ist halt einfach stinky einfach, ne? Oh, das ist jetzt reulig, dass du jetzt so ein soweit... Okay, so kann man's ein bisschen machen. Ach, muss man das machen, wenn er... ...so vorbeifährt wahrscheinlich, ne? Ah, ja, okay. Hier sollte ich kurz gucken, wann ich ihn nochmal angreifen muss. Naja, bla bla. Jetzt, ne? Ja, okay. Okay. Brrrr, brrrr, brrrr. Spawn schneller, du Drecksack. Alter, der braucht ja lang. Kleine Drecksau, ey. Du Drecksau! Boah! Ich hasse dich. Boah, noch schnell, wenn ich so ein bisschen hinlaufe vielleicht. Dämlicher Holländer. Oh Mann, ich hab für Angst bekommen. Oh Gott, ey. Mit SpongeBob kann ich dann einfach wieder rüberspringen. So, einmal Dreieck drücken. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich ihn mit SpongeBob damage'le. Spiel ich überhaupt mit SpongeBob bei ihm? Bin mir gar nicht sicher gerade. Nee, warte mal, bei den Minibossen wechselt man gar nicht, ne? Ach, ich weiß es nicht. Ja, es ist dumm, wenn ich einmal weiterlaufe. Da bin ich selber umschuld. Jetzt. Boah, ich muss mir echt mal eine neue Maus kaufen. Das kann ich nicht angehen, ey. Wie häufig die Doppelklick macht. Haben wir das Wort jetzt eigentlich mal gelöst, ne? Ja, ich hab jetzt auch verstanden, was du damit erwachen willst. Ja, dann sag ich C wie, ähm, Cock. Ohne Worte. Was denn? Ohne Worte. Ach, da stehe ich schon ein C. Ach, scheiße. Digga, ich hatte einmal Glück. Ich weiß nicht, wie man da vorbeikommt, man. Ich habe ihn nicht erwartet. Ich renne jetzt direkt zu ihm hin, aber das ist auch nicht das Wahre. Okay. Ne, er geht direkt weiter mit dem Döde hier. Ja, streichelt er mal sein kleines Ding, Bums da. Ich glaube, der ändert nichts, ne? Das ist wirklich immer das Gleiche. Ja, vielleicht macht er jetzt einmal mehr hier seine Scheiße, ne? Ja, tatsächlich. Oh, Mann! Boah, nee, Alter. Watchbox! So hieß der Scheiß. Also, wie Cliffordshire früher hieß, habe ich dann irgendwann auch verstanden. Aber ich wusste nicht mehr, wie es hieß. Sag mal Watch.com? Nee. Das ergibt ja keinen Sinn, weil M hatte ich schon gesagt. Auf das C kam ich allerdings nicht. Also, ich brauche wirklich noch eine Strategie bei der Phase hier, bei dem Scheiß. Den Rest kriege ich schon irgendwie hin. Oh, das zählt ja noch. Vielleicht die Kante. Vielleicht muss ich wirklich hier so ein bisschen die Kante... Aber nicht zu weit. Ach, Manu. Ach, ja. Leben macht Spaß, Leute. Spring mal kurz. Was heißt, passiert's mir beim erfolgreichen Versuch, wo ich voll gut bin, dann auch so aus Reflex einmal springe und dann so Feierabend. Furchtbar, sag ich euch. Okay. Uah, Gott. Ich war irgendwie nicht vorbereitet gerade. Okay, es geht. Aber... Wie gesagt, diese Feuerwand ist halt echt scheiße. Da muss ich irgendwie Glück haben. Lasern auszuweichen, kriege ich schon irgendwie hin. War jetzt einfach Pech eben einmal. Immer schön komplett gegenüber ihm stehen. Und sobald er anfängt, rüberlaufen. Ja, möglichst nah am Rand stehen. Ich denke, das ist schon so das Beste, was ich tun kann. Okay. So, und noch einmal den Spaß. Meine... Schneller wird der Spaß hier auch nicht. Oh Gott, das war... Da hab ich kurz geschlafen. Da hab ich auch kurz geschlafen. Aber jetzt schlafe ich nicht mehr. Ich bin hellwach, Leute. Ja, jetzt kommt schon die Feuerwand. Okay. Ich wünsche mir Glück, dass ich da jetzt einfach durchkomme. Geil. Okay. War doch nicht so schwer. Huh. Huh. Hat genug, du schlafen Ghost? Schlafen? Ich werde dir wissen, dass dieser Schein hat gequelt. Mal. Allein, stopp' zu kämpfen. Ich denke, ich habe eine Idee. Oh nein. Das ist scheiße. Hier wir gehen. Oh, es sieht wie mein Schiff. Es hat sogar alle kleine Mäle, die fliegt. Wie gut. Okay, ihr kleine Rapskallion. Hier ist der goldene Schiff. Ich zitter etwas. Revenge of the Flying Dutchman. Hmm. Ein Teaser auf die beiden erscheinenden Achievements. Okay. Ich habe hier mal übersehen. So, gibt der mir jetzt noch einen oder wie ist das? Ahoy, Spongebob! No. Ja, das ist nur gar kein Männchen schuld. Wo ist denn der jetzt eigentlich? Ist der da oben einfach gespawnt? Oder wo? Ach, da ganz oben. Okay. Oder war das der, wo ich hin muss? Für das andere. Das ist ein anderer. Okay. Weißt du, das ist ja wirklich direkt... Habe ich wirklich einfach nicht eingesammelt? Bin ich so grenzdebil? Ja, bin ich. Ah ja, da unten. Oi! Ja, bin ich einfach dann vorbeigelaufen. Nicht doofkopf, ey. Beziehungsweise habe ich glaube ich einfach gedacht, ey, was macht der Knopf da eigentlich und dann wurde es schon geballert. So, wie kommen wir jetzt da oben rauf? Gehe ich erstmal hier oben, guck mal. Der ist da oben bei der Ecke irgendwo, ne? Oder da oben drauf? Da oben drauf. Ich glaube, dafür wäre ein Trampolin oder so genötigt. Kann das sein? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Das ist hammerhart. Naja, an Simpsons wird mir das gleich nicht passieren, dass ich nicht weiß, was ich tun muss. Weiß wirklich nicht mehr, wie man da oben raufkommt. Ne, hier war auch kein Trampolin. Oder so. Aha. Na, dankeschön. Ne. In the crow's nest. Sehr schön. Unnötig kompliziert, aber... Wir haben es. Hm. Ich kann mal Socken abgeben, wenn wir mal drauf. Na, mach mir auch so. Die ganze Zeit mit Kreisen wie zum Ball werden. Das ist dein Lieblingslevel, die Traumwelt. Ah, ich mag die auch. Bubble Buddy, I bet the next move you teach me will be the best one ever. Abs-up-positive-lutely, Spongebob. Super-pinkie-shaker? I will... Here. Yeah, maybe later. I blow you some. Now pay attention, Spongebob. This bubbles are paying my entire... When you're not moving, press this button. Wow. Aim kill. Oh, when you're not moving? Ich kann das auch, wenn ich bewege. Bleibt da halt stehen. Sandberg Traum Innenstadt? Hm. Wir machen noch ein Ranking nachher. Gute Nacht. Ah ja, das ist ein Kulossier. Das ist ein Kulossier. Das ist ein Kulossier. Möw? More Tasks? Well, I could use more golden Spatulas. But where should I start? Möw, Möw. Ups. Oh, nee, die Kackaufgabe. Each Dream Bubble has a golden spatula in it. Möw. Hm. Patricks Traum wird super. I'm ready. Möw. Yes, Gary, I'll be careful. So, das hier war nur für ne Socke, glaube ich, ne? Ah ne, war auch ein Funwender, ok. Die Erstaufgabe direkt zu Trash, ja. Die schön Pupu, aber wir kriegen den hin. Hinten zugesprungen, scheiße. Sandys Raum ist schon der beste. Würde ich sagen. Oh ne. Tschö! Ne. Da, wo ich aber Richard weggescam gerade. Ich fasse nicht. Sag mal, wenn ich Druck weh bekomme, jetzt würde mich das motivieren. Ähm. Ja. Wenn ich die letzte Errungenschaft hier bekomme. Dauert gar nicht mehr so lang. Sagen wir, wie es ist. Hä? Hä? Warum ist der denn so nah dran? Also, ich verstehe es nicht. Egal. Boah. Ähm. Ah ne, wenn ich das verkacke, muss ich auch hier Umstände wieder hochlaufen, ne? Bäh. Ähm. Ja. Der Ball rollt da schon alleine hin, so zum richtigen Ort, ne? Ist heute dran vorbei. Jawoll! Ah, mein Versuch. You dropped the ball, you row the ball. 95 Gegner, sag ich noch. Zum Boden des Chats zähle ich nicht. Vielleicht besser so. Boah, ich bin viel so umständlich hoch. Der Karton war da ja oben noch nicht, ne? Muss man das im Remake? Ne, ne. Okay. Ich hoffe, wir haben da jetzt nicht schon irgendwas übersehen. Ich glaube nicht. Okay, noch kurz nur 1000. Ja, mach ruhig. Aua, aua. Ja, ich glaube, wir werden da ja nochmal ein bisschen fahren müssen. Wobei, auf der Rutsche jetzt krieg ich vielleicht wieder ein bisschen was. Man weiß es nicht. Hier hinten war sonst nix, oder? Nö. Ich glaube nicht. Warum träume ich von Robotern? Träumen... Androiden von elektrischen Schafen? Ist die Frage, die wir uns hier stellen sollten. Fünf Sorgen, okay. Berat gucken, wie viel. Ach stimmt, wir hatten ja 15 eben, als wir abgegeben haben. 15. Oh, der Kakao. Mehr und so ne Scheiße. Oh, da muss man auch nochmal bezahlen. Wow. Dein Traum ist großartig. Alles in Texas ist großartig, sogar Träume. Texas ist der größte Staat in den USA. Abgesehen von Grönland. Ach ne, warte mal. Mein Traum? Meine Regeln. Ich werde die Spatula schneller bekommen, als ein Texas Jackrabbit, über eine 4-Lane-Highway. Hm. Jazz Jackrabbit. Den ruhig mir. Wir haben es nötig. Wuuuuh. Na gut, wollen wir mal. Die längste Rutsche des Spiels, ne? Aber die ist cool. Die ist besser als die fucking Landstreicher-Rutsche da. Wie heißt sie noch? Steht am Wald. Ah, wo war eigentlich nochmal Socken? Es gibt jetzt die Zwischenstation natürlich. Hm, 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 hm. 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 Hm, hab's gerettet. Achja, die teilen sich auch die Wege. Ich glaub links ist dann der... Wuh, Zwischenstopp. Also ich bin hier sehr häufig... ...genau, runtergerutscht als Kind, weil ich die Rutsche eigentlich mal geil fand. Ah, ich hab trotzdem wahrscheinlich alles vergessen. Irgendwo fahr... Das ist was ich brauche. Eine Kreature mit einem Nachbarn. Ja. Und... Wir können uns nicht weitergerutschen lassen. Ha, ha, ha. Squirrels? Wir sind so schwer wie das. Oh, du musst wirklich schwer sein, um diese Reihe von Schwungen zu machen. Naja. Würde ich jetzt nicht sagen. Oh, Pfannenwänder. Ich könnte es in meinem Schlaf. Du bist in meinem Schlaf. Wie gesagt, in meinem Schlaf. Na, es ist eine goldene Spatula für dich, wenn du es weit genug machen kannst. Ich werde es so schnell machen, es wird deine Kopfhörer schneller als ein horny Toad auf einem Merry-Go-Round. Warum kann ich nie einfach nur normalen Träume der Welt-Domination schreien? Hm. Irgendwo war mal hinter so einer Bude eine Socke. Aber ich weiß nicht mehr wo. Oh. Na gut. Wollen wir mal nicht, Micha? Krass Herausforderung. Einmal unter so den Dingern durch. Die Exu auf dem Boden sieht doch einfach aus wie so, äh... Wow. Wieso diese Teppiche, die man früher hatte, so über die Kinder, so, 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 so. Wo so eine Stadt drauf gemalt ist. Ist das, was ich meine? Hatte ich auch. Ah, mein Gott. Was soll das jetzt? Alter, da ist so ein Glove-Tut mitgestorben. Da ist nicht gut, was hier hat passiert. Socke? Irgendwo? Da, äh, Socke. Ja, da war die Socke. Ich meinte eigentlich eine Unterhose. Ähm, äh, 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 äh. Warum habe ich dich nicht getroffen? Fake, Alter. Oh, ich habe irgendwie Fett im Auge, glaube ich. Mett im Auge. Ach ja, okay. Ist okay. Ich dachte, ich wäre cool genug und schwinge mich so nach vorne. Ah. Oh, Trinkenschluck. Ja, gerne. Das Handy ist das Arschloch. Voll geil. Das weiß ich, als ich Potions weg. Willst du sagen? Gerne, gerne, gerne. Böööö. Böööö. Aber ich muss dich überhaupt kaputt machen. Aber ja, ich glaube, sonst komme ich nicht an den. Oh, ja, okay, komm. Warum auch immer der jetzt schon runtergefallen ist, obwohl noch gar nicht alle tot sind. Aber okay, ich nehme es. Ich fahre da mal schnell hin, bevor ich irgendwie dumm verrecke. Swing Dancing. Ich glaube, die andere Seite ist klüger. Ich glaube, die andere Seite ist klüger. Dann geht es mal wieder zurück auf die Rutsche. Hier fährt auch, wie immer noch ein zweites Mittelstopp, ne? Der Turm da, wo man so rumfährt. Äh, keine Ahnung, ob hier noch irgendwie eine Socke jetzt war, so auf Halberstrecke. Oh. Das kann ich mir immer nicht merken. Scheiße. Darum ist eine Wetten. Ja, okay. Äh, ich bringe mich mal um. Ich bin steil wieder ganz oben. Danke. Momentum auf einmal wiederbekommen. Das war interessant. Sehr schön. Ich mag das Handy von missträumen. Oh ja, da kommen die Kühe, die einen scheiße bewerfen. Das ist super. Da sind sie schon. Oder das Kuchen. In meiner Welt ist doch scheiße. Hey! Ist auch mal besser. Meine Güte. So, nicht auf den Framponin landen. Soffe Nummer 3. Lol, lol, lol. Mann, dann fick dich doch. Ich muss dich gar nicht kaputt machen, glaube ich. Oh. Eien, die noch irgendwie was? Nö, ne? Also, was sollte das sein? Ein Pfannenwender? Ja, lächerlich. Auf der sichere Weg zurück. Das schwingen könnte zur dritten Socke hier führen. Ich mag das nicht von missträumen, so. Gleich ist auch eine vierte Socke. Wo sind die anderen? Bei Taddle wahrscheinlich noch einmal? Eines bei Mr. Krabs, das weiß ich noch. Auch so ein Tiki drauf. Ja, mit einer bei... Wieso bin ich so gottverdammt schnell gestartet gerade? Und die letzten zwei Socken kenne ich auch Detlof und Jürgen. Was? So. Detlof und Jürgen heißen die beiden Socken. Okay. Alter, 39.999. Ja! Wieder 40.000, Leute. Ich kann mir das Kino nochmal kaufen. Ach ja, der Spacewalk hier. Der Spacewalk hier. Der Spacewalk hier. Der Spacewalk hier. Ja, kriegen wir das irgendwie hin mit dem Geld. Wenn nicht, 10 Minuten höchstens im Gula-Gunen-Farm und dann ist alles da. Metron, Beuchtecino und Krabs für Platin. Hm. Ne, braucht man ja gar nicht, ne? Ich hab das freiwillig gekauft im Display. Ich bin auch da, dachte wahrscheinlich, okay, das geht eigentlich recht schnell. Ah. Ich hab irgendwie die Rutsche länger in Erinnerung. Hab ich eigentlich einen Schluck getrunken? Ich hab so ein Kakao, boah, ich bin richtig fett. Ähm, das ist halt wie früher, ne? Na, die müsste ich jetzt wirklich Pizza bestellen, dann wär's komplett, aber... Ne. Wow. Wenn jemand was gonna make it down this sky slide, it was gonna be you. Hm. Super Bounce. Ah ja, den hol ich mir gleich. Bitch. Hm. 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 Ich hab mich ja nur reingeschlichen in die, in die, ne, ihr wisst schon. Wie es mal aussieht, wenn ich mich drehe. Die Traumblase. Wie in der Folge. Wie? 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 Okay. Oh, da ist schlecht. Oh. Episch. Du bist nicht oberkörperfrei. Das stimmt. Ich hab ein Hemd an und eine Krawatte. Okay. Hm, komm, bezahlen wir es schon mal. Dann wollen wir mal. War was hinterm Haus? Ach, ein bisschen Geld. Squidward's Dream. Der ist ein bisschen nervig. Für die Höhe, Junge, schau dir die Augen. Herr Krabs, was machst du in Squidward's Dream? Hörer Zeit, Junge. Oder zumindest fühlt es sich so. Denkst du, du kannst es durch diese Musik machen? Zu der goldenen Spatula auf Squidward's große Nose? Nicht so, Herr Krabs. Ich werde diese Challenge auf einer hohen Noten enden. Ah, gute Glückwunsch, Junge. Wenn du da bist, versuchte ihn, ich bin aus Aspirin. Moment. Niemals vergessen die hier eine Box, die ich einfach schon benutzen konnte, obwohl ich die anderen noch gar nicht geöffnet habe. Das war stark. Möp. 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 Hast du schon nen Checkpoint? Hier ist eh mein Checkpoint. Warum bin ich hier gespawnt? Naja, meinetwegen. Ich nehme. Raute erwischt mich. Die äh... F... F-Sharp. Wie nennt man das denn? Ich hab keine Ahnung, wie das nennt. Ich weiß, was der Raute macht, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Jetzt haben wir einen offiziellen Checkpoint. Äh... 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 Kann ich hier Musik spielen hier? Ah ja, trotzdem bin ich runtergefallen. Ich bin stolz auf mich. Da ist die Socke. Äh... Ja, muss ich mal von da drüben holen, ne? Ja, richtig. Klingt die Note je nachdem unterschiedlich, wo man auf sie raustritt? Scheint mir nicht so. Die Gesundheit. Zudrungen genommen vor... Deinem jetzt Live Video? Ähm... Boah, es hat mich so abgelenkt und mir eben so runtergefallen. Äh... Ja, aber... Woran merkt man das? Was aufgeregt? Ja, ich war halt hyped. Wie auch immer noch. Stimmt, als Short-O-Laden. Voll klug. Ich... Ich Idiot. Äh... Ich bin da erstaunt, wie gut bisher die Zeiten halt hinkamen. Gut, einmal nur. Bei Zelda habe ich es ja geforced, aber... Wie mir jetzt halt so hinkamen und so. Ich denke mal Spongebob kriegen wir auch gut hin. Wie gesagt, ein bisschen Angst vor Spongebob habe ich noch. Aber das kriegen wir auch irgendwie hin. Ich habe halt die Angst, also das heißt ja, siege Spongebob mit zwölf Bubble Bowls und so. Äh, Bubble Bowls, sag ich schon. Also hier, ne? Längsseifenblasen. Ich hoffe, das bezieht sich nur auf die erste Phase des Bosses. Ich denke mal schon. Aber bei der zweiten muss man ja auch so ein paar Mal da in so Löcher reinballern. Aber ich... Ne. Allein das Außenbau ja schon so viel. Seine ganzen Knöpfchen da abballern. Ich denke mal, in Spongebob drin muss man dann nichts machen. Einfach nur durchspielen. Ist ja so schon hart genug. Ich weiß ja keine Checkpoints. Es geht um Original hier. Haha. Haben sie erstmal rehydrated eingefügt. Ich weiß, das wird immer ein bisschen Pain gegebenenfalls. Aber... Ach, eigentlich geht das. Wird das gar nicht mehr so schwer wie früher. So. Ich werde auch wieder YouTube-Werbung per Video machen. Könnte ja klappen. Na, bei mir klappt es auch nicht. Aber hey. Wollen wir fahren eigentlich nur 9? Oh oh. Weiß ich nicht. Ich werde es machen. Und wenn der nicht aufploppt, nachdem er tot ist. Beim ersten Mal dann... Ja. Kackt über andern. Der gleich ist wieder da. Ich habe diese Träume irgendwie viel länger in Erinnerung. Die sind dann doch irgendwie mal gar nicht so lang. Aber noch länger als Mario Bros. Wonder Level. Höhöh. Ich habe übrigens Mario Wanda gar nicht so richtig durchgespielt. Also ich habe den Endpass besiegt, aber ich habe die Bonuswellen nicht gemacht. Ich wollte eigentlich eigentlich festgestellt, scheiße. Ich muss so hinten Exits finden und so einen Scheiß. Weißt du, dann hatte ich keinen Bock mehr. Juhu. Der Ultra-Mits, wenn man beide Phasen für sich hin und schaffen muss. Da gibt ja noch einen achievement. Du musst halt nur alle Level spielen. Na, man muss irgendwie die Ausgänge auch finden und so. Ach, keine Ahnung. Jocker habe ich, ja. Kommen wir wieder hoch. Ja. Jop. Hm, dann piss dich. Okay. Na, Quepschrauben ist auch immer ein bisschen anstrengend. Hm. Ach, ich nehme den Schmerz einfach hin. Hm. Ich brauche Geld. Fake. Was für das letzte Mal bezahlen hier, ne? Waren die gerade schon vorher da? Ich hoffe nicht. Okay, Krabs. Jetzt wird es ernst. Ja, ich bin. Es ist großartig. Es ist großartig. Es ist großartig. Herr Krabs ist希望 von der Krusty Krab. Wie eine Überraschung. Ich kann nicht mehr ausgewachsen. Es ist wie Eugen und Thaddeus voneinander träumen. Da sieht man die Socke übrigens. Ich hole mir die jetzt und ich frage mich, ob ich da noch meine extra Trophäe dafür bekomme, dass ich jetzt alle Socken habe. Was soll ich erst mal aufräumen hier? Aua! Ach man muss ja erst mal so Stücher kaputt machen dafür, ne? Warte mal. Ich hole mir die Socke. I dream of a Sock. Und nochmal, ach ne, wäre ja, würde ja simultan kommen, ne? Simultan, komm. Okay komm, ich mach mal was, ich bringe ich mal kurz um, damit ich wieder full life bin. Das braucht man hier nämlich. Ähm... Ähm... Der Funwender ist nicht mehr da. Ist das echt nicht so? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich mag den Traum nicht. Ne, warte mal. Kommen wir die nicht mit... Zum Teil kann man die... Oder waren die geschützt irgendwie? Nö, wahnsinnig. Okay. Ich glaube, alle erreichen konnte ich von hier nicht, ne? Hm. Vielleicht auch doch. Naja, da hinten erreiche ich... Warte mal, ich kann mich wieder auf den Ding zerstellen von der Socke. Leben verloren. Ich frage doch, ob ich so um die Ecke komme. Äh, ne. Boah, leck mich doch um den Arsch, ey. Ne, der knallt mich direkt ab, leider. Wie macht das Damage? Ist doch nur Öl. Oder muss man die in der Nähe von den kaputt machen? Ja. Mein Gott. Ma... Leute, bitte. Ja. An den... ...Randschein mal nur so kaputt machen. Warte so. Mit einem Leben gerade hier, ganz entspannt. Oh Gott. Äh, ich glaube eins brauche hier noch. Gar nicht gruselig oder so. Okay. Äh, äh, äh. Dann stürzt ihn ja auch noch ein. Okay. Ist der jetzt auch wieder so... Ja, komm. Motherfucker, ey. Okay. Ist immer wieder spannend hier. Danke. Mhhh. Das Gegner Spawner, der Spawner. Der Nieder Spawner gehört einer Gegnerart. Dann wird auch der Weg gebaut. Ah, okay. Naja. So, basically haben wir jetzt eigentlich auch den Traum geschafft, weil... Naja. Was hatte ich denn noch zu sagen? Hm, ich auch. Entschuldigung. Das ist crap. Hm. Wie erkläre ich dir das jetzt? Ich trage den Schmerz wie ein Mann. So. Okay, Patrick. Was wollen wir mal? Patrick, du hast eine goldene Spatula. Gib es hier. Nicht so schnell, Spongebob. Du musst meine Tests passen, bevor du diese goldene Spatula bekommst. Du musst meine Tests passen, bevor du diese goldene Spatula bekommst. Du musst meine dick, bevor du diese goldene Spatula bekommst. Sehr gut, Sir. Challenge acceptiert. Sehr gut. Deine Herausforderung ist... ...zu finden die goldene Spatula. Du hältst es. Du hast es geschafft. Jetzt hier ist dein Reward. Talbert. Hmmm. Die hörendeste Herausforderung you've attempted. Hmmm. QualAl l так kann ich mich Elena sagen In der Saamba Werkstattula 한번 meillä hat sie gesagt. Du hast es zu tun. Ich habe ihn mir gedacht Dann habe ich dich 어딨be. Ach, ich sage dir ... Ah, Patrick, ich muss gehen. Gary, äh, braucht ein anderes Bett. Oh, ich kann mir Crabs leisten. I had a dream. You were there and you were there. Aha. So. Wir haben's, ne? Ja. Geilo. Fertig. Spiel durchgespielt. Oh, scheiße, jetzt müssen wir... Naja, erstmal kaufen ist jetzt Crabs leer. Und dann Opfer einmal. Oh, oh. Ich hab Angst. Leute. Ich sag's wie es ist. Achso, ich muss noch einmal zu Patrick. Ich kaufe mir erstmal Patrick. Die Crabs leer. Die Krossenkrabe, der Untergrund der Krossenkrabe. Hey, diesmal krieg ich den Pfannenwender und ich mein Let's Play nicht bekomme ab. Weg nach Hause. Seid, wo sie gehören. Hier ist der Krossenkrabe. Spatula. Spatula. Well, I've done all I can do. Geilo. Wir haben... Es geschafft. Nicht wie im Let's Play. Da hatte ich nur 99 Pfannenwender. Obwohl ich alles gekauft und eingesammelt hab. So, do you want to trade shiny objects for a golden spatula? Ja. Vielleicht so, ich hab mich verrechnet. Wir brauchen 100.000. The five letter worth for happiness. Money. Moneten. So, that's quality craftsmanship, that is. I can think of 10 good reasons to never let go of a dime, boy. So, do you want to trade shiny objects for a golden spatula? That's quality craftsmanship, that is. A man works hard all week to keep his pants off all weekend. Was? Okay. So, that's quality craftsmanship, that is. We shall never deny a guest even the most ridiculous request. So, that's quality craftsmanship, that is. I was the head chef of the SS Diarrhea. So, do you want... That's quality craftsmanship, that is. Money is the ultimate source of joy. Die werden komische Werte vermittelt. Tu mir leid an ein dreijähriger Niklas. So, that's quality craftsmanship, that is. I love this young people's music. Let's. Meow, meow. So, do you want to trade shiny objects for that? That's quality craftsmanship, that is. Come on. The millions dollar. Okay. The only good robot is the one that's given me them shiny objects. Die geben tatsächlich shiny objects, mein Freund. Okay, Leute, es wird ernst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hm. Der kann kein Englisch. Ah ja, gut. Ich wollte es einlösen hier. Oh, nochmal Werbung. Werbung. Flash. Authorities have confirmed that the robots running amok through Bikini Bottom. Hatten wir schon, oder? Ich habe eine große Sorge. Ja, das hatten wir alle schon. Das ist deine große Sorge. Aber sie nehmen nicht amok. Aber sie haben keine love. aaaah. Hm, hm. Hm. Hm, hm. Hm, hm, hm. Hm, hm. Hm, hm, hm. Okay, gehen wir's an. Ist das so dumm? Ach so, Dachilern fragen noch mal weiter. Ach so, Dachilern. What's wrong now? It should be working. It is working. They're obeying me. I knew I shouldn't have made a copy of myself, but I'm just so cute. You've interfered with my plans for the last time. SpongeBob, meet SpongeBob. Hi, how do you do? Allow me to introduce my friends, Patrick, Sandy. Squidward is kind of fun. And here we are, folks. The main event. A godlit of ever-increasing ferocity. Bonk. So. White Barrier Reef. SpongeBob has an opening, but will he get the drop on the road? Nein, weil ich neu lade. Ah. So was von beide Phasen. Nee, nee, daran glaube ich nicht. And here we are, folks. The main event. A godlit of ever-increasing ferocity. Voll auf die Nase. Nicht die Handflächen, weil die kann ich noch mit meiner Bubble, mit meinem Arschbaum kaputt machen. Ach ja, der Scheiß-Wixer hier. Die muss man jetzt auch platt machen, ne? Spongebob. Spongebob, die Vision Control, go on to the go. Hehehehe. Warte mal. Kann ich ihn auch anders kaputt machen? Ich lade sie wahrscheinlich gleich neu. Kann man nicht irgendwie so kaputt machen? Doch, das geht. Okay, okay, okay. Spongebob won't be winning that way. Hm. Da lacht er sich kaputt. Ja, ist okay, ist okay. Ich will testen. Ach nee, warte mal. Der kommt hier unten sowieso, glaube ich, wenn man nach unten geht, ne? Ja, okay, okay, okay. Ich hab gespeichert. Ich hab gespeichert. Äh, aber das kann ich ja... Warte, ich kann's nur triggern. Ist ja kein Problem. Ist ja zum Glück kein verpassbarer. Geh raus, ja. Ja, irgendwie so. He takes exactly 10 Missiles to do him in... ...and the only three on Plankton, so we have a little leeway. Ja, ja, ist okay. Ich hab' gespeichert, ey. Ich hab' mich besoffen. Jetzt so nicht mehr erholbar. Verkackt. Das wär' jetzt auf jeden Fall... Das wär' ein Highlight, muss ich sagen. Nee. Ah, guck mal, jetzt kommt die Katze noch nicht mehr. Guck mal, perfekt. War alles geplant, Leute. Ja. Ja. Vergierig. Also, ich kann ihn halt so boxen, ne? Ich hab' die Frage, ob ich das so tun sollte. Also, zwei kannst du verballern. Achso. Das war dumm. War doch nicht so dumm. Say hello to my little bubble friend. The robot is down! Also, ich mach' den Sch... Mann! Kleiner Drecksack, ey. Ich glaube, Spongebob won't be winning that way. Okay, jetzt kommt die eigentliche Scheiße hier. Also, das geht noch. Aber wenn er gleich Kara Tai macht, da wird's halt übel. Suck it to him, Spongebob! Say hello to my little bubble friend. That's the ticket! Fährt mal hier, ne? It looks like Spongebob has an opportunity here. Funk. Ah, wie das zurückfeffert. Ist ja lustig. Das ist ja witzig. Hm. Ei, ei, ei. Ich glaube, Spongebob won't be winning that way. Ja, genau. Die Scheiße nämlich. Da kann ich runterspringen, aber... Ah, die Scheiße ist halt echt gruselig. Ich glaube sogar, diese Schläge sind gar nicht so schlimm. Ich glaube, ähm, wenn ich noch auf der Plattform bin, dann werde ich gar nicht getroffen, sondern ich fetze dann so komisch durch die Gegend. Was halt so ein bisschen anstrengend ist. Äh, das werde ich nicht überleben. Warte mal, ich gehe mal gut runter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay. Ich glaube, Spongebob won't be winning that way. Äh, irgendwer hat den Follow-Button gedrückt. Sorry, ich bin gerade konzentriert. Er hat die Scheiße halt, ne? Wie kommt man da am besten durch? Bombenbande. Äh, danke Dulci, Dulci, Wauci für den Follow. Na? Oh Gott, vielleicht knacken wir die... 900, äh, 900. 900 Follower, ja. Ich habe 900 Follower. Ich glaube, Spongebob won't be winning that way. That does it. Spongebob is back in the fight. Okay, das Prinzipär wäre jetzt nicht so schlimm, weil dieses Karatei ist halt problematisch. Ich hoffe wirklich, dass es nur die erste Phase betrifft, dann habe ich ein Problem. Tut es. Oh, ich hasse das. Ich sollte es lassen. Ich sollte einfach stehen bleiben und ihn so boxen. Ich gehe auf den Chat. Nein. Ich gehe zurück in die Fight. Suck it to him, Spongebob. Spongebob. Good luck auf die Herausforderung. Oh, ei. Dankeschön auf jeden Fall. Spongebob hat eine Eröffnung. Aber will er den Drop auf den Roboten? Arschloch. Ja, dann erstmal so, ne? Also, ne, ich habe den Chat nicht gelesen. Gibt es eine Bestätigung, dass man auf jeden Fall beide Sachen schaffen muss? Mann, du Drecksack. Ich weiß, dass du es so hinkriegeln. Drecksack. Ich weiß, dass du Spongebob won't be winning that way. Das macht's. Spongebob ist zurück in der Fight. Bin ich das? Ich muss dem, glaube ich, nochmal ausweichen. Leon, Tobi, Pling. Oh mein Gott, das ist schneller passiert als ich. als ich es prophezeit habe. Oh, close encounters of the pain. Ah. Oh, I can't watch. Okay, ich muss aber ein Chat lesen hier. Ähm. Ah, die großen nur noch sieben Raketen. Ähm. Ich habe zehn Messer, die du in den Euclidium für ihren Plankets hast, also du hast ein bisschen... Anyway. Okay, dann mach's ja. Hm. Also jetzt nicht schon... Letztendlich Bestätigung hast du jetzt aber auch nicht gegeben. Hm. Hm. Pfff. Direkt die beiden Hände kaputt machen. Das ist fake. Das ist auch ein Witz, der nur auf Englisch funktioniert. Oh, und der Robot ist runter. Ja, aber in der... in seinem Hirn brauche ich ja mehr als die Raketen, oder? Oh, du Drecksack. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Aber ich kann ja auch so an einer Stelle immer wieder so springen, ne? So gesehen verlangt sogar nur sieben. Weil das hier kann ich ja auch lassen. Naja. Boi. Ich hab ne Idee, wie wir das machen. Ich schaff den jetzt einfach. Und dann werden wir's sehen. Das ist der Scheiß-Kara-Tai, ne? Das ist immer wieder Scheiße. Dreimal muss ich... Plankdom fertig machen. Say hello to my little bubble friend. Look at that! The robot's made himself dizzy! Oh, das war dumm. Scheiße. Der eine verkackt. Look up! The robot better changed tactics and fast! The robot better changed tactics and fast! The robot better changed tactics and fast! Und dann geh ich vielleicht mal lieber so rum. Oh ja! Das war jetzt grad... Scheiße! Okay, jetzt muss ich das Wagen... Okay, okay. War jetzt eigentlich ein bisschen anders geplant gerade. Das ist jetzt gerade ganz doof, wo ich hier bin. Scheiße! Okay, aber warte mal. Ich hab... Ich hab... Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Okay, sehr gut. Jetzt geht der Image wieder gar nicht hier, dass wir jetzt in die Richtung irgendwie agieren hier. Aber gut. Ein anderes Argument. Manchmal reicht ja diese Explosion dann daneben. Das ist jetzt scheiße. Boah, du Drecksack. Du fliegst halt auch wieder wie so ein Wichser, ne? Das geht mir voll auf die... Ah ja. Du fliegst wie so ein Wichser. Na, Gott sei Dank. Warte, liegt es zwischen? Moment, jetzt muss ich kurz neu timen hier. Mal rumdrehen, schön. War ganz schön knapp. Ja, ich bin tot, glaube ich. Ich geh lieber runter. Ach, okay. Moment, das geht dann auch wieder von vorne los. Das ist gut, dass man das eigentlich so mit runter springen... ...resetten kann. So ist man dann auf jeden Fall ein bisschen... Das nervt. Ich weiß immer nicht, welche Hand der benutzt. Ach so, du meinst mit zwischen den beiden Boss Trophäen... ...ähm... ...in der Liste. Ich glaube, es ist gut, wenn ich jetzt direkt die beiden am Rand fertig mache, weil dann habe ich später nicht das Problem... ...dass ich dann irgendwie warten muss, bis er mal in eine richtige Richtung ballert. Ich glaube, es ist nur die erste Phase. Ich will, dass es nur... Ich hasse dich! Boah, der fliegt wie so ein... ...Tarzahn, ey. Bubble Power! Oh... Das nervt! Ich weiß halt immer nicht, in welche Richtung er jetzt schlägt... ...und ich muss ja in die Richtung, wo er nicht in... Boah... ...also zumindest in die Richtung einfacher. Ich muss committen. Ich muss einfach direkt in irgendeine Richtung laufen, dann wird das schon sich anpassen. Sag hallo zu meinem kleinen Bubble-Friend! Das ist die Ticket! Bubble Power! Oh, und der Robot ist unten! Spongebob, Division Control, the launchers show! Gut! Achso, committen direkt, habe ich gesagt. Genau. Bubble Power! Suck it to him, Spongebob! Ich habe gesagt, kommitten. Alter, wie lange habe ich gewartet dort? Vorher nicht. Suck it to him, Spongebob! Okay... Und der Robot ist unten! Okay, das lief doch ganz gut. Von mitten, habe ich gesagt. Muss runter. Wie habe ich das... Wie habe ich das das eine Mal gemacht, dass er so direkt... Naja, er spawnt halt auch wirklich... Naja... Das ist jetzt wieder scheiße! Okay, look up! Das ist jetzt wieder scheiße! Okay, look up! Ja, ja, ja! Wieso wechsle ich da auch die Richtung? Da bin ich sehr daran schuld. Okay... Oh Gott, jetzt wird immer schneller! Ah, wie weicht man dem Scheiß aus! Ah! Ah! Das ist zu schnell, Alter. Das hat mich schon als Kind immer fertig gemacht. Looks like Spongebob may have a moment to act here! Spongebob may have a moment to act here! Look at that! The Robots made himself dizzy! Rrrrrrrrraa... Ich krieg das schon irgendwie hin! Boah, voll ins Gesicht, Alter! The Robot better changed tactics and fast! Spongebob! Warum sieht die Nase vom Spongebob eigentlich aus wie so ein Lümmel? Mal gesagt, dass ich das hier hasse. Ja, toll. Oh Mann! Das ist so furchtbar. Ich weiß nicht, wie man das immer am besten macht, ey. Ähä. Jetzt hab ich ihn aber instant rausgetriggert, gerade. Scheiße. doch okay das war so klar das war so dumm von mir am money ich krieg so panik bei dem da soll es am rand einer plattform wohl warten bis ankommen dann schnell weg ich bin großartig reingelangen kommt ein großer was sind das jetzt wieder für eine angewohnheit ja dann halt so das ist das denn jetzt einmal geskippt ich bitte direkt eigentlich noch ich weiß nicht von der hand drüber das nicht fehlt nicht okay okay gerade Das zweite Karatei ist es, was mich immer etwas mobbt. Halt die Fresse, komischer Fisch. Oh, das war ganz nett, glaube ich. Vielleicht mach das nicht dreimal. Hach, hat wieder einen geskippt, die Sau! Okay, guck mal. Hat wieder viel zu aufgeregt, obwohl es eigentlich gar nicht so schwer ist, aber... ...Kunden, die ich selber nicht verstehe, werde ich nervös. Das war ganz gut, glaube ich. Aber ich kann auch eigentlich stehen bleiben. Yo, das ist eigentlich das Geheimnis... Oh, ich komme dreimal. Okay. Okay. Das ist jetzt fies. Okay, das muss ich jetzt einfach schaffen. Er wartet auch immer so ein bisschen. Okay, okay. Jetzt werden wir es sehen. Ja! Sehr gut. Okay. Glück gehabt. Oh Gott. Puh. Wir müssen ganz normal nur die letzte Phase jetzt machen. Ah. Tschüss, beide. Okay Leute, 17 Minuten noch. Ich glaube, der Robot wird größer! Wir müssen bevor Ende Ritter zu sein. Ich auch. Ich bin gespannt, ob ich irgendeine Trophäe verpasst habe. Da ich so, irgendwas fehlt. Beat the entire game without taking damage. Oh, scheiße. Okay! Mal gucken, ob ich schaffe. Direkt, mehr oder weniger. Hat gerade ein bisschen Rest Nervosität vom Kampf gerade. Deswegen könnte es sein, dass ich jetzt einfach verkacke. Ah, das wäre okay. Oh, ach ja. Der Doody ist ja jetzt immer wieder ein Thema. Das ist das Ticket! Das ist das Ticket! Nope, alles gut. Hast du schon nachgeguckt? Sehr nett. Hätte nur noch eine, eine, ein Achievement, ne? Oder gibt es noch mal eins für separat irgendwie 100% Toren? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ah, okay. Scheiße. Also hier ohne Damage durchkommen ist halt auch, also es ist möglich, aber es ist ja einfach nur anstrengend. Und dann auch die erste Phase immer wieder neu. Aber es sind Retro-Teams und Retro-Teams sind sehr häufig, ziemlich räudig. Also in daher, danke an den Ersteller, der es nicht komplett räudig gemacht hat. Ach deine Mutter. Spider-Man 2. Ich habe mir mal die Statistik angeguckt von dem Spiel, wie die Prozente sind. Das ist ja komplett krass. Bitte? Moment. Den akzeptiere ich nicht, den Nicht-Treffer. Weil wirklich manche, die nur so 0,1% haben und so. Das ist Retro-Teams. Da haben die Leute ja mehr Bock, die auch zu sammeln. Kann man nicht mit PSN-Dingern oder so vergleichen. Naja. Dankeschön. Alter, wie lange ich als Kind gebraucht habe, um dieses Level hier zu schaffen, ey. Jahre. Also es waren wirklich Jahre, glaube ich, bis ich es endlich mal geschafft habe. Ich vergesse immer wieder Plankton. Mein Gott. Ich vergesse immer wieder. Ich vergesse immer wieder. Und der Robot ist überwalt. Spongebob, schau die Fuse! Guck der weiß. Oh, oder? Ok, doch. Alles gut. Nein! Schubst der mich runter? Ich fass es nicht. Ich bin ja nicht froh, dass es mit den glänzenden Objekten so gut hinkam. Meiner Prediction. Ich hasse dich! Die Maus ist im Bild, merke ich gerade. Wobei Plankt am Tod ist, verschwindet sie. Also in 20 Minuten. Spongebob hit the fuse! Mhm. Okay. Jetzt treut er mich hier wieder so fett. Wie eben schon. Ich mag es, dass man am Hintergrund immer so die Umgebung sieht von Abweimer. Der einzige Boss, bei dem man stehen darf. Er staten darf. Ja. Darf man, aber will ich jetzt nicht unbedingt. Also den Tod von ihm akzeptiere ich auch nicht so ganz, muss ich sagen. Also der war ja echt Scam. Wir machen es mal so, bevor die Blase wieder daneben geht, was viel zu häufig passiert. Ich mag die Musik, die ist sehr dramatisch. Es ist eine würdige End-Boss-Musik. So, wenn ich jetzt nicht weggescampt werde, das fände ich toll. Oh, der Superrich hat mich nicht gesehen. Doch jetzt schon. Ja, ist okay. Noch Baller einmal. Ich kriegste meine Rakete ins Gesicht. Hallo. Oh. Ich mag dich nicht. Wer soll wen sucken? So, sind wir schon beim Finale? Bei den drei Dingern? Nein. Doch! Sehr schlimm. Äh, die Plattformen werden enger. Wundern jetzt eigentlich nur, zack. Schnell rein da. Weiter. Jetzt nicht halt dumm runterfliegen hier. Das ist halt, die Gefahr ist klar. Aber wenn ich jetzt getroffen werde, dann fetzt sich wahrscheinlich direkt runter. So ein leichter Treffer ist ja nicht so dramatisch, sage ich mal, ne? Ah! Man weiß immer nicht, in welche Richtung er fliegt. Das ist so scheiße. Dem, 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 dem. Voll daneben geballert, aber Glück gehabt. So, letztes. Oh, die Kamera ist mir die Skade. Oh, danke, dass du mir direkt entgegen geflogen bist. Ehre, Bruder. Okay, Leute. Finale. Zack. Mastered SpongeBob Squarepants Battle for Bikini Bottom. Jawoll. Wuhu. Ah. Ey, nur einmal gestorben. Beim letzten. Das ist ja, das ist wirklich schon gruselig, wie gut das mit den Seiten hinhaut. Spongebob. Spongebob. Du hast es. Was machst du? Was machst du? Was machst du? Oh. 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 Oh, my plans. Ruined. Oh. Die Folgen, dass es bei Simpsons nicht ganz hinkommen wird. Oh. Oh, I'll destroy you, you'll destroy me, I'll destroy you, I'll destroy you twice as hard, oh yeah, I'll destroy you plus one, well, I'll destroy you plus infinity. Shut up, you stupid robot, who are you calling stupid? I went to community college, you oversized puppy grinder, oh yeah, I'll show you. Oh, come here and fight like a monster. Well, Plankton, I hope you learned your lesson. Oh, I certainly did. Next time I'll get it right. Ouch! We won! Who wants to get ice cream? I do, I do. Need I remind you all that there are still world-hounds on the nation and at the bottom, Sandy is right. I thought she was a squirrel. I'm being punished. I don't know for what, but I'm being punished. There's still work to be done out there. Mermaid Man and Barnacle Boy wouldn't stop, and neither will I. We can't rest until Bikini Bottom is taped. Oh, come right, no! Die immer juckende Nase. Juhu! Kommt jetzt direkt das Endro kam es nach dem Abspann. Nee, kommt jetzt, ne? Jawoll, da ist es! Oh! Das wird bestimmt geklämt! Juhu, ich freu mich! Oh, was ist mit Blubberabbläern passiert? Blubberabbläern! Fucking Neptun, ey! Hab alles gegeben! Okay! Credits, Freunde! Ich sag mal nichts zu dem Spiel! Das nächste Spiel, wo man im Abspann was machen kann! Wir sind uns leider nicht! Ich brauch mal schön Geld sammeln Da, 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 immer wieder ein spaßiges Spiel, es ist nicht besonders schwierig, aber es macht trotzdem Spaß, ein schöner Kleck davon ist es allemal, viele Fähigkeiten, unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten machen es abwechslungsreich, aber auch die Musik ist echt cool, äh, äh, mir fällt nichts mehr an, ne, äh, nettes Spiel, cooles Spiel, ich mag es, dass die Level so abwechslungsreich sind, zumeist eher diese lineare, lineareren, dann so ein bisschen diese offeneren Level, paar Bosse zwischendurch, äh, ja, ne, da, ich hatte recht, man hat gerade die Stimmen gesehen, es war nicht Mr. Krabs Originalstimme im Englischen, und da ist es ja Clancy Brown, macht mir immer wieder Spaß dieses Spiel und obwohl ich so häufig gespielt habe, wirklich, und auch so wie in meiner Kindheit, vergesse ich immer wieder, wo alles ist und was alles abgeht, es ist wirklich faszinierend, wie unfassbar dumm ich bin, aber, naja, das ist ja nicht das Problem des Spiels, ja, hm, 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 retro, ja, äh, 1656, ja, denke mal, wir werden gleich den Abstand auch abbrechen, ich glaube, den habe ich euch häufig genug gezeigt, im Remake war das hier weg, oder? Oder gab es das auch noch im Remake? Ich habe gerade im Kopf, dass man das im Remake gar nicht mehr konnte hier herumfahren währenddessen, ja, guck mal eine Arena, deren Ort ich nicht mal weiß, müsste es auch geben, okay, wo sind wir hier eigentlich, also ist das, keine Ahnung, den Streetpark? Im Remake gab es das nicht, mies, ja, irgendwas dämmerte mir auch, ja, also ein weiterer Grund, das Original zu spielen, das ist wirklich besser, das steuert sich einfach besser, ist nicht so komisch verpackt, ah, das Remake ist auch gut, bim, bim, develop, bye, okay, wir sind fertig, glaube ich, mit dem Crane und Rücktreib, geilo, boah, das ist ja wirklich eine Punktlandung, ich bin begeistert, ja, war geil, das nochmal durchzuspielen, jetzt auch nochmal schön hier Retro-Achiefments zu haben, hoppala, ach ja, jetzt kann man hier auch jederzeit hin, einfach nur Spawns-Ball-Arena, ah, okay. Ja, können wir schon nochmal hier, ne, alles komplettiert hier, zack, 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 100 Pfannenwender, 100%, ich speichern wir ab, auch wenn sowieso Auto gesaved wurde, glaube ich, 100%, Polizeirevier, stimmt, da war ja noch gar nicht drin jetzt, ganz vergessen, naja, ist eh nicht spannend, außer Planktons Eintrag, der ist super, jetzt ist der Robot-Viewer, ja, ja, ich weiß. Ah, die ganzen Roboter nochmal angucken, Fodder, die englischen Namen mal, G-Love heißt auch auf Deutsch, Chuck, Bomb-Bot, Arf, Hammer, Monsoon, Tublet, Zzz-Bot, Arf-Dog, Tar-Tar, Sleepytime, Slick, Chomp-Bot und Plankton. Plankton is the finest model citizen I know, he likes helping people, singing, hacking computers, äh, nevermind, the last bit, Plankton's the best. Na klar, guckt ihn euch an da links. Ich mach' eine große Wanted-Liste. Dann hau' ich dem Polizisten noch eine rein und, äh, dann verziehe ich mich. Bester Roboter, na, ich hab' leider kein Achievement. Schnell mach' Arsch, gleich fünf. Ja, ich werd' jetzt, ah, komm, wir müssen uns ja nicht hetzen hier, ne, ich werd' nochmal eben kurz Retro-Achievements öffnen, um wir's noch mal schön angucken. Und auch noch mal ne Aufnahme drin haben. Retro-Achievements. Da ist es. Äh, äh. So, warte. Flop und... So. Da, ist immer noch leicht rangezoomt, irgendwie, weil ich irgendwie zu dumm bin, aber so ist das halt. Ha, schön. Das ist wie so random, so. 4, 5, 6, 7. Ab wo haben wir heute angefangen? Irgendwo hier, ne? Genau, Tiki Roundup, ab hier. Ganz schön viel. Ja, muss man sich jetzt hier mal angucken, wir haben's ja alle gesehen, ne? Ein bisschen die Special Ops. Hm, hm, hm. Wie ist das? Ich gehöre zu den Top 24,2,3% der User, geil. Und ich werd' noch mehr Spiele kompletieren. Ich hab' übrigens mal hier, warte, man kann ja so ne One-to-Playliste... ...genau, erstellen. Wir haben so ein paar Spieler reingemacht. Achso, das kann mal raus hier eigentlich. Eigentlich hab' ich auch Crash 1 reingemacht, aber das ist irgendwie nicht mehr drin, das ist ja spannend. Äh, bei Crash 1 geht's sogar, das kann man sogar relativ gut eigentlich machen. Bei Crash 2 haben sie dann quasi Relikte, Relikte eingefügt, indem man die Level in einer bestimmten Zeit abschließen muss. Top 11%. Ja, Spider-Man hat halt gekickt, ne? Aber hier, Lego Star ist ja super easy, Donald Duck auch. Und Crash Team Racing nicht, aber da muss man zumindest mal alles holen. Also so hier... Oxid-Zeiten... Hm, Platin überall holen. Da hätt' ich vielleicht mal Bock drauf. Naja. Wir schweifen mal ab, es ist 17 Uhr, es reicht jetzt. Hm. Hm, ja. Ich beende die Aufnahme schon mal und, ähm, ja. Wechsle jetzt eben Konsolen und so in der Zwischenzeit und dann sehen wir uns gleich bei Simpsons. Geil! Also ja, ne? Für die Live-LP-Dinger, ähm, geht's dann Sonntag los mit Vice City. Geil! Gut, ne? Bis denn. Oh, das ist auch ein geiles Endbild, merk' ich gerade, ne? Egal. Hahaha.